Fußballlehrer mal ganz anders. Kopfüber und in schwindelerregender Höhe. Ralf Rangnick saust mit 140 kmh durch die österreichischen Berge. Im sogenannten Flying Fox soll RB Leipzig eine Einheit werden. Eine besondere Art von Teambuilding. Der Trainer macht es vor, das Team folgt. Allesamt rasen die Spieler die 1,6 Kilometer Strecke ins Tal. Dazu zählt auch Rekordneuzugang Davy Selke. Der U19-Nationalspieler ist die Hoffnung des ambitionierten Zweitligisten. Für 8 Millionen Euro Ablöse kam er aus Bremen. Die klare Devise, Rangnick und Co. wollen aufsteigen. Motivation mit allen Mitteln. Im Trainingslager wird derzeit mit ungewöhnlichen Methoden dafür gearbeitet. Der Spaß kommt nicht zu kurz. Ralf Rangnick wirkt zufrieden.